...und so nachher sind die Niedesdienste, die 15.000 Arbeitsplätze hat mit Zügel von der Universität und wir. Und unsere eigene Firma ist auch in der Welt gegangen und wir werden jetzt praktisch in einem Konzertwächter zurückgeführt, die waren Prozierungen hier, die wir in den Eizern verwendet haben. Unter anderem haben wir gefordert, in der Bundesrepublik eine Demonstration vor dem Vorgang geöffnet haben, weil wir jetzt sagen, dass die Verstörung der Polarbranche, die wir vor dem Vorgang haben, hat eine große Fässergebung und eine große Empathie der Bevölkerung, die unseren Planen aber doch jetzt am Tag. Wie man gefordert für die Erhalt der Polarbranche und für die kann man hier arbeiten. Das hat jetzt das Gefühl »Ich habe gehört, dass wir bezeugtet, ob das, was wir gesagt haben, aber wir konnten sie praktisch auch, weil wir in den Vorgang eben nicht verinnern haben, weil wir in den Landkreis haben, weil wir in den Vorgang auch gerade einstehen, weil wir in den Vorgang gefordert haben und wir in den Vorgang auch gerade einstehen, weil wir in den Vorgang nicht nicht mehr so, weil wir in den Vorgang nicht mehr erfolgen, weil wir in den Vorgang nicht mehr erfolgen sind. Trotzdem haben wir, obwohl wir nicht alle übernommen werden, wir haben nicht nur die Vielen Dank.